heute geht es einen kleinen spaziergang lang durch den teutoburger wald beginnt hier mit einem blick auf die münzerleiner kreidebecken und wo befinde ich mich hier in den dörrenter klippen beim hockenden weib einer markanten felsformation hier im äußersten westen schon vom teutoburger wald der sich ja von hier befinde ich mich hier eben büren bis ungefähr hornbad meinberg erstreckt und das ist eine markante felsformation das geht für mich durch den teutow und mal schauen was so abgeht auf dem weg und wir sehen uns jetzt gleich in der fachwerkstatt tecklenburg so gott will ist sie auch fachwerk geschmückt hockendes weib überall sind hier diese wunderbaren felsen und da das tecklenburger land na nicht das münsterland das tecklenburger land von den grafen von tecklenburg regiert evangelisch dominiert das ist schon ein großer unterschied zum münsterland und hier bin ich in der hauptstadt des tecklenburger landes tecklenburg die stadt tecklenburg im tecklenburger land festspielstadt liste der historischen stadtkerne von nrw war hauptstadt vom kreis tecklenburg und hauptstadt der grafen von tecklenburg da geht's rein in die burg tecklenburg ja rein da und das hier ist die freilichtbühne von tecklenburg 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 wie oft will ich das noch sagen aber hier ist die freilichtbühne man spricht hier von einer festspielstadt und hier werden dann große theaterstücke dann präsentiert unter freiem himmel die burg von tecklenburg wo die grafen hier dominierten vor allem in der blüte 13 des 14 jahrhundert davon ist nicht mehr leider so viel erhalten wir haben hier eine ruine größtenteils und in dieser ruine befindet sich auch diese freilichtbühne wo ich eben noch war aber der blick ist dennoch herrlich und man sieht hier doch das erbe der grafen von tecklenburg die diese region hier maßgeblich prägten so jetzt geht es in die historische innenstadt und das ist die katholische fahrkirche st michael wie gesagt das tecklenburger land ist dominiert vom protestantismus nicht wie das münsterland was erzkatholisches aber diese st michael kirche ist eine katholische kirche ja so ist das hier eine andere konfessionsstatistik eine spannende sache und überall sieht man diese wunderbaren fachwerkhäuser die sich hier durch das ganze territorium der innenstadt ziehen schwarz und weiß ein nicht farben mehr kann man sagen aber wunderbar und da hinten auf diesem kahlen berg erhebt sich bereits die evangelische stadtkirche ja natürlich hier ist die evangelische stadtkirche das zentrum der innenstadt der altstadt der historischen altstadt wohl bemerkt wow überall ist es schwarz und weiß überall sind sie die wunderbar pittoresken fachwerkhäuser von tecklenburg und da ist es die evangelische stadtkirche ein großer besuchermagnet ist auch hier der zentrale platz marktplatz strukturen hier befindet sich dann auch das tourismusinformationsbüro von tecklenburg einer kleinstadt einer kleinstadt wohl bemerkt nur 9000 einwohner hat diese stadt zu bieten ist eher klein aber dennoch fein ja hier haben wir weitere spektakuläre gebäude überall es geht hoch und runter im osning so ist das hier 9000 einwohner welcher kreis ist das denn noch mal der kreis steinfurt fusion von steinfurt und tecklenburg zum kreis steinfurt wohl bemerkt so und jetzt hier sieht man so ein paar draufständige modernere gebäude wobei natürlich zu meiner linken auch wieder fachwerk dominiert tecklenburg ist eine grandiose stadt die festspielstadt tecklenburg die fachwerkstatt wirklich schön und hier noch was für die verwaltungsfreunde das rathaus dieses ist leider ist leider auch spannend aber in einer modernen tracht gehalten eine tankstelle wo wir heutzutage autokennzeichen kostenlos montieren können auch spannend und dahinten der zob das ist der blick über die skyline von tecklenburg einer stadt ohne bahnanschluss im osning im teutobu im tecklenburger land grafschaft kreisstadt früher gewesen historisch und hier unten das puppenmuseum übrigens also kommt vorbei nach tecklenburg adios also